So, hallo zusammen! Heute geht's mal um ein etwas anderes Thema und zwar um den Alpo-Boykott. Die Veganer unter euch werden das bestimmt schon mitbekommen haben. Für die Einsteiger ist es jetzt natürlich auch wieder ein hilfreiches Video. Ich werde euch mal ein bisschen was dazu sagen und ein bisschen was erklären und auch meine Meinung dazu äußern. Und zwar ist es so, dass Alpo und auch ProBamel, glaube ich, 2009 von einem Konzern aufgekauft worden sind, die halt auch unvegane Produkte produzieren. Und deshalb boykottieren halt auch viele Veganer jetzt Alpo, obwohl Alpo halt vegan ist. Aber weil sie halt eben diesen Konzern nicht unterstützen wollen, kaufen sie halt eben diese Alpo-Produkte nicht mehr. Und ja, da wollte ich jetzt einfach mal meinen Senf dazu geben. Anstoß ist eigentlich ein Facebook-Post von mir gewesen. Und zwar hatte ich die Tage irgendwann mal ein Bild gepostet von einem veganen Einkauf von mir. Da waren halt so alle möglichen Marken dabei. Ich habe halt, ach, bei Rossmann, DM, Formhaus, Bioladen, Edeka, habe überall halt eingekauft und habe dann mal so ein Boto davon gemacht, einfach von den Sachen, die ich so gekauft habe. Ja, da waren dann halt eben auch ein paar Sachen von Alpo dabei. Hauptsächlich der Joghurt. Und dann gibt es halt immer so ein paar, ja, ich sag mal, möchte gern Veganer, Veganer, die dann halt immer darunter schreiben, ja, was, du kaufst Alpo, Veganer kaufen doch kein Alpo, bla bla bla, das gehört zu Dean Foods, la la la. Ja, das sind dann einfach die Sorte Leute, die sich auf alles verlassen, was sie irgendwo im Internet finden, nicht weiter recherchieren, halt einfach alles stumpf glauben und weiterverkünden, was sie halt irgendwo mal gelesen haben. Und ja, deswegen mache ich da jetzt einfach mal so ein kleines Infovideo zu. Also deren Meinung nach sollte man Alpo also boykottieren, weil eben jetzt Alpo zu einem Konzern gehört, der eben halt auch Milchprodukte und Fleisch und so weiter herstellt und halt auch, glaube ich, einer der größten Konzerne diesbezüglich ist und so weiter. Das macht aber meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Also man zahlt ja zwangsläufig so gut wie immer an irgendwelche Leute oder Unternehmen, die jetzt die vegane Lebenseinstellung oder Ernährung oder was auch immer nicht so vertreten. Es ist ja wirklich selten, dass eine vegane Marke, also dass überhaupt eine Marke erstmal nur vegane Produkte hat und dann auch wirklich zu keinem Konzern gehört, also ein ganz eigenständiges Unternehmen ist. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Das heißt, man bezahlt ja quasi, auch wenn man jetzt vegane Produkte kauft, zwangsläufig immer an irgendwelche großen Unternehmensriesen. Also man kann das ja gar nicht verhindern, dass man die unterstützt. Und jetzt ist halt die Frage, warum sollte man ausgerechnet Alpro boykottieren? Das ist den meisten Veganern auch gar nicht bewusst. Deren Problem ist einfach nur, dass sie alles glauben, was man ihnen erzählt, was sie irgendwo mal gelesen haben. Mir ist jetzt schon sehr oft aufgefallen, dass immer wieder neuerdings auf die Seite Animals Liberty verwiesen wird, als wäre das die vegane Bibel, in der alles richtig steht und so wie es da ist, ist es und nicht anders. Und das, jedes Wörtchen, was da steht, das wird auf die Goldwaage gelegt. Ich sag euch jetzt mal, was ich von Animals Liberty halte. Erstens ist sie total oberflächlich, zweitens ist die Seite total einseitig und drittens ist es einfach nur schlecht recherchiert, was da steht. Also diese Seite, das ist halt quasi wie so eine Art Produktdatenbank von tierversuchsfreien, beziehungsweise veganen Produkten. Dann ist dann halt immer aufgelistet mit kleinen Fähnchen, grünes Fähnchen, gelbes Fähnchen, roten Fähnchen, welche Marke, beziehungsweise welches Produkt ist halt vegan, welches ist tierversuchsfrei, welches ist nicht tierversuchsfrei, welche sollen boykottiert werden. Und da gibt es halt wie gesagt diese Fähnchen. Grün heißt alles super, kannst du bedenkenlos kaufen, da steckt kein Tierleid hinter. Und rot bedeutet halt halt Vorsicht, der Konzern ist der totale Arschlochkonzern, Tierversuche müssen wir unbedingt boykottieren, so das jetzt mal in Kurzfassung. Und diese Seite ruft halt zum Boykott von Alpro-Produkten auf. Und ich möchte das jetzt nochmal betonen, Alpro-Produkte sind vegan. Und zwar alle. Alpro hat nicht ein Produkt im Sortiment, was nicht vegan ist. Die komplette Marke ist ausschließlich vegan. Ich betone das jetzt so stark, weil das gleich noch sehr wichtig sein wird. Also wenn man sich die Seite mal ein bisschen genauer anschaut und wirklich die Listen und die Produkte und dieses Muster sich einfach mal betrachtet, mit dem die da vorgehen, wird einem, glaube ich, ziemlich schnell klar, also mir ist es ziemlich schnell klar geworden, dass sie da irgendwie so richtig willkürlich an die Sache rangehen. Ja, also da werden halt einige Dinge werden boykottiert, andere nicht. Ohne für mich jetzt klar erkennbaren Grund oder sinnfreien Grund. Also es gibt keinen Grund. Andere wiederum nicht, obwohl sie meiner Meinung nach boykottiert werden müssten. Also während zum Boykott von Alpro-Produkten aufgerufen wird, und das nur, weil sie halt jetzt mittlerweile zu einem Konzern gehören, der halt auch unvegane Produkte produziert. Und das, ich betone nochmal, ist bei nahezu allen veganen Produkten der Fall. Ist es für die Betreiber von Animals Liberty aber offenbar total in Ordnung, Produkte zu konsumieren, die untrennbar mit Tierleid, mit Mord in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Milchprodukte, Fleisch, Fisch, ja, die komplette Palette. Das finde ich ziemlich sinnfrei. Warum soll ich deren Meinung nach so eine Marke wie Alpro-Soja boykottieren, die vollkommen vegan ist, die keinerlei tierische Produkte verkauft, nur weil die zu einem Konzern gehört, der tierische Produkte verkauft, während andere Marken, wie zum Beispiel Alnatura, die gibt es zum Beispiel bei DM, die haben übrigens auch ganz viele vegane Produkte, aber die produzieren auch Fleisch. Alnatura verkauft unter anderem Fleisch, Milchprodukte und die haben dann ein grünes Fähnchen auf dieser Seite. Wie kann das sein? Wo ist da der Sinn? Um das jetzt nochmal zu verdeutlichen, was ich meine, ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also diese roten Fähnchen, die hinter den Produkten stehen, unter anderem bei den veganen Produkten von Alpro-Soja steht, also das heißt, bedeutet, der Hersteller des Produkts steht mit Tierquälereien, zum Beispiel Tierversuchen in Zusammenhang und steht deswegen zum Boykott aus. Und diese grünen Fähnchen bedeuten, dieses Produkt ist tierversuchsfrei und vegan und steht somit auch mit keinen Tierquälereien in Verbindung. So, wenn rot doch heißt, der Hersteller steht mit Tierquälereien in Zusammenhang, dann gilt das doch, wie wir alle sowieso wissen, auch für Fleischproduktion und für Milchproduktion. Wie kann es dann also sein, dass Produkte von Alnatura, die auch Fleisch produzieren, Milchprodukte verkaufen, wie kann es sein, dass die ein grünes Fähnchen bekommen und Alpro, die veganen Produkte von Alpro, auch zum Boykott ausstehen? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich verstehe den Sinn dahinter absolut nicht. Wenn ich doch alles boykottieren soll, deren Meinung nach, was mittelbar mit Tierausbeutung zu tun hat, dann kann ich ja auch nicht die Produkte von Alnatura kaufen, denn die verkaufen doch Fleisch. Also das ist nämlich das, was ich meine. Die eine Marke soll boykottiert werden, die andere nicht. Das erscheint mir alles ziemlich willkürlich. Genau dasselbe übrigens, wenn man mal im Kosmetikbereich guckt. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Ja, Altera und Alverde, die sind übrigens auch rot gekennzeichnet. Und das, das muss ich jetzt nochmal ganz deutlich sagen, obwohl, ich weiß es jetzt nicht bei Altera, aber bei Alverde weiß ich es, dass ungefähr gefühlte 90% der Produkte, die die da haben, wirklich vegan sind. Die Marke ist tierversuchsfrei. Sie geben auch keine in Auftrag, aber nur, weil sie bei Dalli produzieren lassen und dieser Konzern halt auch für andere Marken produziert, die halt eben nicht vegan sind und nicht tierversuchsfrei sind. Nur deshalb stehen die da zum Boykott aus. Während hingegen wieder andere Marken, die eben nicht nur vegane Produkte verkaufen, die haben ein grünes Fähnchen. Denn Leute, ganz im Ernst, wo ist da der Sinn? Gut, ich kann verstehen, dass jetzt einige Leute und ich gehöre eigentlich auch dazu, sagen, ich möchte kein Tierleid verursachen. Ich möchte das nicht unterstützen. Auch nicht, wenn da irgendwelche anderen Konzerne hinterstecken. Das kann ich alles total verstehen. Aber Leute, ihr müsst euch doch wirklich mal vor Augen halten, dass wenn wir jetzt alles boykottieren sollen, was mittelbar mit Tierleid in Verbindung steht, sei es nur durch irgendeinen Konzern, wo jetzt eine vegane tierversuchsfreie Marke entfernt zugehört, dann bleibt uns nur die Eigenproduktion. Weil es gibt kaum vegane Marken, die wirklich gar nichts mit anderen Konzernen oder Produzenten zu tun haben. Das gibt es kaum noch. Das heißt, uns bleibt wirklich nur noch die Eigenproduktion. Und erstmal haben die meisten Menschen dazu überhaupt nicht die Möglichkeit. Aber wir stellen uns jetzt einfach mal vor, wir hätten jetzt 30 Fußballfelder, große Landflächenstücke und könnten da jetzt unser Gemüse und alles selbst anbauen. Toll. Dann wäre halt immer noch die Frage, was ist mit dem Strom, den wir verbrauchen? Was ist mit den Küchengeräten, die wir für die Weiterverarbeitung brauchen? Ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach Melitta. Melitta verkauft, wie viele ja wissen, auch unfair beim Kaffee. Und unter anderem eben auch Küchengeräte. Und wenn ich da jetzt so ein Küchengerät kaufe, dann unterstütze ich den Konzern ja auch wieder. Also das heißt, ich kann dann auch keine Küchengeräte mehr kaufen. Wer weiß denn, ob die ganzen Geräte ethisch unbedenklich sind? Das gleiche gilt ja auch für so Sachen wie Autofahren oder selbst mit dem Fahrrad fahren. Ich meine, wer weiß denn, woraus der Lack ist, woraus die Reifen sind. Was ist mit dem Sprit? Das ist doch auch nicht alles super umweltfreundlich. Aber jetzt mal zurück zum Thema Küchengeräte. Na gut, man könnte jetzt auch sagen, gut, dann kaufe ich jetzt eben nicht Melitta, dann kaufe ich jetzt halt eben eine andere Marke, die jetzt vielleicht super toll ist und sich meinetwegen auch für den Tierschutz engagiert oder was. Wer weiß denn, ob die nicht morgen schon an irgendeinen größeren Konzern verkauft wird, der halt eben nicht so ethisch denkt? Wer hat denn bitte Lust, Energie und Zeit, sich wirklich jeden Tag um so einen, ja quasi Börsenupdate zu bemühen und zu gucken, sind alle Produkte, die ich irgendwie in meinem Haus habe, noch tierversuchsfrei und vegan und hat sich was an den Geschäftsführern, an den Konzernen geändert? So, ihr seht also, wo das Problem ist. Dann ist natürlich jetzt die Frage, okay, was wollen wir jetzt machen? Es gibt halt Leute, die sagen, ich boykottiere es halt trotzdem, gucke halt, ob ich andere Alternativen finde, das kann man ja gerne machen, aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt halt, also Milch ist jetzt kein Problem, also hier gibt es halt Dinkelhafermilch, Sojamilch, Reismilch von geschätzten eine Milliarde Marken, also das ist jetzt nicht das Problem, aber auf diesen Sojajoghurt von Alpro bin ich jetzt zum Beispiel aber auch angewiesen, weil ansonsten gäbe es hier nämlich nur die Alternative ProVamel und andere Marken gibt es in meinem Umfeld nicht. Das heißt also, ich müsste es dann irgendwie online kaufen und in dem Shop, wo ich dann manchmal bestelle, da kostet das dann wieder 5 Euro Porto und dann ist jetzt natürlich auch wieder die Frage, okay, wie möchte man das jetzt finanziell stemmen? Denn es bringt ja auch nichts, wenn man das jetzt alles super toll findet und umsetzen will, aber man hat gar nicht die finanziellen Mittel, um das jetzt vielleicht alles zu schaffen. Deswegen, das ist jetzt ganz meine persönliche Ansicht, ich habe es ja auch schon in meinem veganen Video, was ich mal irgendwann gedreht habe, gesagt, bei mir ist es halt so, ich versuche halt so wenig Leid wie möglich zu verursachen, also ich rede da halt immer von Schadensbegrenzung, ich gucke halt, was kann ich machen, was kann ich ändern, welche Alternativen habe ich, wenn ich halt keine Alternative habe, dann nehme ich halt erstmal das geringe Übel sozusagen, bis ich eine Alternative habe und ja, da muss man halt gucken, inwieweit man das alles umsetzen kann. Denn mal ehrlich, wenn wir Veganer jetzt auch noch anfangen, vegane Produkte zu boykottieren, was wollen wir dann noch essen? Ich meine, es ist ja schon schwer genug, wirklich jetzt auch für Einsteiger so ein bisschen den Überblick zu behalten, aber wenn wir den Leuten dann auch noch vermitteln, dass wir nicht mal unsere eigenen, unsere eigenen veganen Produkte bedenkenlos essen können, dann ist doch klar, dass immer mehr Menschen denken, boah, vegan leben, das ist total schwer, das ist, man kommt an nichts ran, das ist alles total teuer, man muss alles online bestellen. Also meine Ansicht zum Thema Alpro ist ganz klar diese, ich finde, die Firmen denken doch immer nur an Gewinn und nicht an Ethik und deswegen wäre es nicht sinnvoller zu sagen, okay, ich kaufe jetzt die veganen Produkte, nur die veganen Produkte, auch wenn der Konzern vielleicht noch andere Produkte herstellt, aber ich kaufe diese veganen Produkte, um einfach zu zeigen, ich interessiere mich nur für diese veganen Produkte und diese Nachfrage dann also demnach auch bei nicht-veganen Produkten dann abnimmt, dann sieht der Hersteller doch, ah, okay, die anderen Sachen, die sind jetzt gar nicht mehr so gewinnbringend, dann konzentriere ich mich doch nur noch auf die veganen Sachen und baue das halt dementsprechend dann aus. Also Firmen schmeißen doch halt irgendwann die unrentablen Produkte raus und wenn sich das dann irgendwann nicht mehr lohnt, weil einfach die Nachfrage nicht mehr da ist, dann sind sie doch, wenn sie Gewinn machen wollen, gezwungen, was zu ändern. Unterstützen wir Käufer das Produkt, was bio oder vegan ist, zeigen wir doch einfach dem Verkäufer, dass es sich lohnt, umzudenken. Dass es einfach vielleicht besser ist, eine andere Richtung einzuschlagen. Na gut, das wird diese Leute jetzt zwar nicht dadurch zu besseren Menschen machen, dass sie sagen, wow, vegan ist total toll. Selbst wenn sie jetzt nur aus finanziellen Gründen in die vegane Richtung marschieren, dann ist es doch immer noch besser, als wenn sich überhaupt nichts ändert. Also um jetzt nochmal zur Seite Animals Liberty zurückzukommen, wenn man sich die Seite so anschaut und wirklich guckt, nach welchen Mustern die da so vorgehen, dass das alles wirklich irgendwie so willkürlich passiert, dann kommt mir ein relativ einfacher Gedanke. Und zwar, wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass solche Produkte wie Alpro ja jetzt mittlerweile auch in ganz regulären Supermärkten verfügbar sind, könnte man natürlich auf die Idee kommen, zu sagen, ah, das ist jetzt ein super großer Konkurrent. Und man könnte ja auf die Idee kommen, zu sagen, hm, ob die Konkurrenz da vielleicht ihren Finger im Spiel hat, dass die denen den Wink mit Dean Foods gegeben hat, weil aus meiner Sicht gibt es da nicht wirklich einen Grund, die Marke zu boykottieren. Ich meine, an der Marke ist jetzt nichts großartig anders, als bei anderen veganen Produkten auch. Es ist nichts Neues, dass hinter dieser veganen Marke noch ein größerer Konzern steckt, der halt eben halt auch nicht-vegane Produkte produziert, oder halt auch die Marke selbst noch nicht-vegane Produkte, oder Fleischprodukte, Milchprodukte, hier Alnatura, und die dann aber komischerweise nicht zum Boykott ausgeschrieben sind, was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man die in regulären Supermärkten nicht findet, sondern nur in Reformhäusern und halt so Rossmann, DM und so weiter. Also da könnte man ja jetzt irgendwie so eine Verschwörung wittern, aber gut, das ist jetzt nur meine Sicht der Dinge. Aber ich finde es halt schon relativ auffällig. Ich meine, es ist ja wirklich nichts Neues, dass die mit allen Mitteln versuchen, da ihre Produkte voranzubringen, wie jetzt zum Beispiel auch solche Marken wie McDonalds oder Burger King, die halt solche, wie jetzt hier zum Beispiel, das habe ich letztens noch gesehen, ich weiß nicht mehr, ob das McDonalds oder Burger King war, die dann halt einfach so Vegan-Studien finanzieren, um sie dann später absichtlich negativ ausfallen zu lassen, zu ihren Gunsten, logischerweise. Und ja, da wird man dann irgendwann schon ganz schön hellhörig, ne? Ich meine, das ist doch total klar. Ich meine, an diesem ganzen Fleischkonsum verdienen ja alle, ne? Der Staat unterstützt das schön, die Pharmaindustrie verdient da kräftig mit. Ich meine, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig läuft, könnte man sich ja jetzt irgendwie denken. Aber ich will jetzt nicht hier in so eine Verschwörungstheorie-Phase fallen. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal so ein bisschen meine Meinung dazu sagen und euch mal vielleicht auch so ein bisschen die Augen öffnen, warum das meiner Ansicht nach totaler Schwachsinn ist, solche Marken zu boykottieren, weil die eben nichts anders machen als andere Marken auch. Und ich hoffe, ihr versteht das und ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Falls euch dieses Vegan-Thema generell sehr interessiert, empfehle ich euch unbedingt, meinen Kanal zu abonnieren. Ich mache diesbezüglich sehr viel. Auch zum Thema vegane Kosmetik habe ich enorm viel. Da wird auch noch ganz viel kommen. Ich bin auch momentan so ein bisschen dabei, meine veganen Koch-Videos ein bisschen auszubauen und Food-Holz werde ich in nächster Zeit nochmal ein bisschen machen und so alles zum Thema vegan und tierversuchsfrei. Und ja, dann empfehle ich euch jetzt nochmal hier oben meine beiden letzten Videos. Das ist einmal ganz oben rechts mein Circle Lenses FAQ, die ich mir geholt habe und darunter das Review zu den Linsen, die ich mir geholt habe. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr euch das ansehen. Vergesst euch, das Video zu bewerten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder falls ihr irgendwie nur ein Feedback da lassen wollt oder eure Meinung zu dem Thema sagen wollt, wobei ich gerade gesprochen habe, könnt ihr das natürlich gerne tun. Dann könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder und ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.